Aldma HD Toll Jop Dalla, Jop Jop, hier sind wir Spiel weiter Red Dead Redemption So, zurück zum Lager Wir gehen mal die ganzen Tiere ab Und Fälle oder was auch immer alles Und dann machen wir eine Mission Uah Wir sind rasiert Haben den Fotoapparat Könnte mal ein paar Selfies machen Ich komme in Ich hoffe du bist gut draußen Natürlich Äh Achso ich soll ja nicht durch die Lager halten Sollte eigentlich reichen, ne? Wenn ich jetzt zum Piercen gehe Oh, Essen Können wir auch was essen bevor wir die nächste Mission Aber will ich eine in der Nacht annehmen? Ich glaube nicht, ne? Spenden Verbesserung, da stand doch Verbesserung Hey Mama Och Bin jetzt gar nicht gewöhnt, dass das so gut funktioniert Guck mal, ist gar nicht mehr da Ich hatte das aber Wo hab ich's denn... Ah ne, ich hab das ihm gegeben auch, ne? Ich muss nur mal gucken Verbesserung Ich würd gern die Tasche haben Tasche für Zutaten Erzähl mal, das gibt doch eine für Vorräte, Materialien Legenden Kaufe Lederverarbeitungswerkzeug Stelle alle anderen Taschen näher Wow, im Ernst? You will son Hänge du Knochen, aha Tadaa Das ist einfach nur Zeug abliefern Tonnenweise, aber Ich weiß nicht, ob ich das tun will Even in Arthur Even in Arthur So, die sind schon wieder am trinken Und wir gehen jetzt schlafen Können sie auch mal waschen, oder? Verärgern, grüßen, rasieren Ne Ich dachte, das geht hier irgendwie Okay Okay, äh Schlafen Morgen Er Arthur, morgen He He Er hat eins der besten Betten Ja, sehr schön Hey, Mr. Marston Komm, wir gehen mit dem Ich würd sagen, wir machen eine Quest mit dem Kieran, oder? Ich geh jetzt mal eintopfen, wenn's da ist Ich würd den gerne vom Baum loskriegen Was denkst du an diesem Ort, Susan? Eine Veränderung am letzten, das ist sicher Well, das ist nicht zu hart Kann ich mir auch was geben? Oh, ist das lecker Meine Güte Verärgern, bedrohen Kieran Verärgern Ja, dass ihr Klicke Möge 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 Ich weig Erer Erer Ja, Schlafen Nein Wolle Wolle Auf Wieder Kieren Es hat unsere Freundin hier's tongue. Ich dachte, Herr Williamson könnte ein Wort haben. Du bereit zu sprechen, Junge? Ich habe gesagt, Herr, ich habe alles gesagt. Ich weiß nichts, okay? Es sind keine Freunde meiner Freunde. Ich habe nur mit ihnen einen Tag gefahren. Hör-Hör-Hör! Wir haben das gehört gehört, also wie Sie sagen, die Wahrheit sagen. Das ist das, was Sie wollen, ich zu tun? Er gehört, also die nächsten Mal eröffnet sein, es ist zu erzählen, was passiert ist. Oh, mein Kind. One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, aber er sagt eine Lie. Oh, mein Kind. Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht. Geld hier. Oh, ja! Was ist er, wo er geht? Oh, keine Angst. Du bist nur Balls, Junge. Das wird dir Probleme geben. Oh, Mann. Unix war eines der glücklichsten und glücklichsten von Kortieren. Oh, du schützt mich, richtig? Of course. Du schütztierst! Oh, was sollst du von mir? Well, du bist zu sprechen. the only question is now or after we got these little fellas on. Okay, okay, listen, I know where old Driscoll is holed up, and you're right, he don't like you any more than you like him, he's at Six Point Cabin, I'll take you there, serious, I don't like him, I mean I like him even less than I like you, no offense, none taken, okay then partner, why don't you take a few of us up there, right now, I got this Dutch, should be fun, all right you, come on, Let's go, let's go, let's both hope you ain't trying to trick us, old Driscoll, I ain't no old Driscoll, are you sure as shit was, John, Phil, come here, we got a social call needs making, where are we heading, uh, we're up into the hills behind Valentine, I'll show you, John, you take this little rattlesnake with you, any nonsense, Okay, I'll take you to him, look, I'll give you more directions when we're close, but if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Okay, dann reiten wir mal hinterher. Dum, bum, 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 bum. Können wir jetzt mal Gas geben? Sharon's saddle with an old Driscoll, who'd have thought? How many times I gotta say, I ain't an old Driscoll. You sure look like one and, you smell like, god damn, you smell like one too. I smell like horse shit. That's right, boy are you high. Morgan, you got throwing knives in your saddle bag. Dutch said that you might, I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last god damn favor I do you. Hey, 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 if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country, take this track up through the rocks. Ah, ich kann mit John reden. How are you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her, she won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see old Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies, when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Now we go left. The road will take us up and around. So, jetzt sind wir gleich da, glaube ich. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the old Driscoll's. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, uh... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the old Driscoll's. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fightin' the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're in O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colum's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Sorry, I wouldn't kill you. Okay, by me. With you, Morgan. All right then. Through the trees here. Oh man, so viele Tiere. Nein, ich will sie doch gar nicht mehr in Ella schießen. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Oh ja, Bogen ist auch wichtig. Los, Dully, ich will töten. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives. I said easy. Schon wieder am Kacki machen, ne? Kann ich nicht mal aufstellen. Ich will das Fert festmachen. All right? It ain't far. We might have shared a horse. But we ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Hey. There. There. You see? Okay. Get down now. Cabin's in the cleaner now and there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Where are you strangers? Yup. In Colomodrisco? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, uh, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that me, son of a bitch. Mm, yeah, sir. Come on. Shake it off. Shh. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Stay here. Don't you damn move. Morgan, the next two. What's the plan? Hurry up, all right. Keep back where they won't hear us. When I move, you move. Take them out at a distance. I can do that. Sooner we get this over with, Yeah, cool. Dreck blüttern. Oh, eine Dynamiestar, die können wir gut gebrauchen. Irgendwas stimmt mit der Grafik nicht. Ich hab die extra hochgeschraubt. Ist gut genug. Okay. Das ist einer hinter dem Stein. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich hab die extra hochgeschraubt. Okay. Now what? We're at the perimeter. Bamm. Wunderbar. Wie er denn rutscht. Das sind die TNT-Dingens. Was? Wait on my mark. I'm gonna take a look at these boys. Sure thing. Ich würd sagen, wir knallen die einfach ab, oder? Ja. Ach, das ist eine Frau! Ich wollte jetzt Dynamit werfen. Ach toll. Nix da! Nicht weglaufen! Und der Schuss, John! Gut, Sonny! Oh, die Musik ist so laut. Meine Güte. Die ist cool, aber... Ich will nicht freeroamen. Ich will ins Menü. Ach so. Ich würde ja nicht gerne ganz ausmachen, aber... Es reicht jetzt mal. Boah! Ich gehe gleich. Erstmal hier looten. Kann ich eigentlich Revolver aufheben und die dann behalten? Ich sehe ja, was die für Waffen haben, oder? Nein, nicht aufheben! Weg mit dem! Also Leute plönern, es lohnt sich immer. Weil immer wieder was Gutes finden. Oh, hier ist auch noch einer, dass der letzte weggelaufen ist, ne? Verrückten Iren. So, der haben wir... Ach, die Schweine haben schon alle geplündert! Gibt's doch nicht! Ich glaube, das wäre TNT gewesen. Gemahlener Kaffee. Kaffee in der Dose. Toll. Aha. Ja, gleich! Der ist doch, glaube ich, gar nicht da drin. Dosengemüse. Komm, wir essen mal eins. Alter, im Ernst? Alter, im Ernst? Otis Miller, äh, Beuys. Dankeschön. Ja, ich geh ja schon, ich geh ja schon. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You all right? Sure. Thank you. Call Modriskel. He ain't here. You've set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did! Call Modriskel ain't here! He was here, I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right then, go on, get out of here. Eh? I won't kill you. I didn't set you up. You lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now go on, get out of here. That's as good as killing me. Out there? Without you? Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Richtig. Give me a break. All right then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get the camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys. Camp quick. Kieran is cool. You got it? I ain't so bad. Hey Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Patronenpatronencode. Das war vorher nie so. Jetzt sind sie wieder weg. Aber jetzt sind sie doch da. In the chimney. Also im Kamin. Oh, hier ist auch was. Wir plündern. Ja, das ist super gut. Plündern ist gut. Plündern ist schön. Plündern ist wunderbar. Ich könnte mal die ganzen Lebensmittel spenden. Geld. Lack am Boden. Bestimmt gezählt. Geld. Scheinklammer. Achso. Da. Geld. 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 13$. 10$. Na gut. Das ist ein ziemliches Vermögen. Schlangenöl. Oh. 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 Eine doppelläufige Schrotflinte. Das schönste was es überhaupt gibt. Yeah. Oh. 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 Achso! Ich glaube, das ist das Einzige dazu. So. Ah, guck mal. Echt mit Schlangenöl? War das? Ah, und sauber ist es. Schön! Umdrehen. Cool. Perspektive wechseln. Oh. Oh, hey, ist das Schrotflinte. Können wir jetzt mal kurz Pebbles rufen? Das ist noch eine Waffe. Komm schon, Pferdchen! Da hinten kommt er. Num Verd shares 혹 auch auf diese Blut. Jetzt wenn wir erstmal sowie rein hier. Kann ich eigentlich immer nur zwei Waffen mitnehmen? Sind alle noch da? Ah, jetzt nochmal hier so sortieren. Okay, was haben wir denn hier? Plündern. Ach, das ist noch ein Karabiner, aber so eins haben wir schon. Liegt ein bisschen. Wir tun den mal weg hier. Komm, mein Sohn. Du wirst hier zu Feuerholz. Oder auch nicht. Flieg, du bist frei. Ah, egal. So. Das gehört. 600 Tacken? LOL. Das teilen, oder ist das jetzt meins? Ja, dann. Leute, sehen wir uns wieder in der nächsten Mission bei Red Dead Redemption. Da haben wir direkt noch eine. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen Jagen auf dem Weg zurück zum Lager. Wir sehen es dann. Okay, Leute. Bis dahin wie immer. Haut rein. Ja. failed. Bye.